Ich begrüße Sie herzlich zum Vortrag Traumberuf, Reiseredakteur wird es bald jeder. Mein Name ist Frank Mayer, ich bin Geschäftsführer von MyDemont. Sie kennen das Unternehmen MyDemont wahrscheinlich nicht so sehr wie die Marken. Kaum einer von Ihnen wird wahrscheinlich noch nicht unterwegs gestoßen sein auf einen Falkstadtplan, auf einen Marco Polo Reiseführer, auf einen Demontführer oder eine Kompasskarte. Wer auf Reisen geht, wird mit diesen Marken durchaus ab und zu penetriert. Zum Thema, wenn ich mit Reisenden ins Gespräch komme, wird mir oft die Frage gestellt, sag mal, kann ich eigentlich für euch mal was machen? Kann ich für euch mal so einen Marco Polo Führer schreiben? Oder kann ich für euch mal ein Hotel oder ein Restaurant testen werden? Das wäre eine spannende Sache. Und wie ist das denn überhaupt als Reiseredakteur, als Autor zu arbeiten? Ist das eine tolle Sache? Wer kennt Louis de Finet? Wie heißt der Film, der hier gezeigt wird? Brust oder Keule? Der Restauranttester. Also ich kann mit diesem Vorurteil leider aufräumen, so sieht der Beruf des Reisejournalisten nicht aus. Das passt in die heutige Zeit nicht mehr rein. Sieht es eher vielleicht so aus? Ja, das passt schon eher in die heutige Zeit. Unterwegser mit dem Rucksack, neue Länder entdecken, alles schön und gut. Nur, ich muss mit einigen Vorteilen, die jetzt da Sie haben könnten, aufräumen. Nämlich genau mit zwei Punkten, die hier überhaupt gar nicht stimmen. Punkt eins. Es kommen heute ganz, ganz wenig in den Genuss für einen Reiseverlag zu arbeiten. Es gibt ganz, ganz wenig Autoren. Es ist eine relativ kleine Gruppe. Es gab im letzten Jahr sogar eine Enthüllung über einen Restauranttesterverlag. Nicht unser Verlag, Gott sei Dank. Da kam raus, dass es nicht wenige gab, sondern überhaupt gar keine gab. Es gab nicht nur Anzeigenverkäufer. Das war alles. Das Zweite, womit ich aufräumen muss, ist, kommerziell ist der Beruf des Reiseredakteurs im Moment nicht so der Hit. Warum? In der GNV ist der Redakteur zunächst mal ein Kostenblock. Und der Margendruck in Verlagen ist extrem. Auf der Handelsseite konzentriert sich alles immer mehr. Der Druck ist groß. Im Endeffekt geht es beim Reiseredakteur darüber, immer mehr Inhalte in immer kürzerer Zeit für immer wenige Budgets zu erzeugen. Also von daher, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die eigentlich sehr, sehr schwer ist. So ist es heute oder gestern gewesen. Jetzt sind wir heute hier zusammen zum Innovation Summit. Es wurde in der Anmoderation gesagt, da ändert sich vieles. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass die Welt sich ändert durch Internet, durch E-Books, durch Blogs, durch alles, was da passiert. Was ich mit Ihnen mal kurz machen wollte, ist schauen, was passiert denn im Reisejournalismus hier in dem Bereich. Wie sieht es denn für den Reiseredakteur eigentlich aus? Wenn ich mir Internet und die ganzen Medien anschaue, kann heute eigentlich jeder Reisejournalist werden. Ich kann hingehen, einen Blog eröffnen, ich kann bei Facebook was schreiben und prompt bin ich Reisejournalist. Geht eigentlich. Aber so richtig informiert, so richtig viel publiziert, so richtig Reisejournalismus im engeren Sinne entsteht heute da noch nicht. Warum? Es fehlt irgendwie die Plattform, um richtig gut hier Inhalte erzeugen zu können und die dann auch bezahlt zu vermarkten. Das ist wirklich der Anreiz, dass da auch wirklich was zu tun. Und genau das ist die Innovation, die ich heute mit Ihnen diskutieren möchte, bei der bei uns hier bei Minduorg gearbeitet wird. Das Thema heißt App, aber nicht die App, die jetzt auf dem Handy, auf dem iPhone steht, sondern App steht für APP, für Autoren, Publishing-Plattformen. Ich zeige Ihnen mal, wie sowas aussehen kann. So könnte eine Homepage von MyDemont irgendwann mal aussehen. Sie fängt jeden von Ihnen und sagt, Mensch, du bist doch eigentlich Reisexperte. Jeder von uns ist doch schon gereist. Das heißt, wir sprechen jeden potenziell 40 Millionen Reisende in Deutschland an, die irgendwas machen könnten. Ich kann mich auf dieser Reiseplattform ganz einfach anmelden und mit wenigen Klicks wird mir die Möglichkeit eröffnet, in Templates Inhalte einzufühlen, die ich dann auf verschiedenen Quellen publizieren kann. Das heißt, ich kann ein Tablet-Magazin publizieren, ich kann ein E-Book publizieren, ich kann eine iPhone-Applikation publizieren, ich kann Inhalte vernetzen mit dem, was es bei MyDemont gibt, zum Beispiel, das sind die Marco Polo-Restaurants in Berlin und das ist meine Meinung dazu. Solche Publikationen kann ich erzeugen und das relativ schnell auf einen Knopf drücken. Sie können mit der Plattform dann auch sagen, sich entscheiden, was machen Sie denn damit? Veröffentlichen Sie es kostenlos oder werbefinanziert? Oder entscheiden Sie sich das zum Preis von 99 Cent, 4,99 Euro oder 9,90 Euro, was auch immer, zu publizieren. Und Sie können sich entscheiden, wo Sie es publizieren können. Wir haben die Verträge mit Amazon, mit Apple, mit den verschiedenen Anbietern von E-Books, Tablets und Co., um auf deren Plattformen Ihre, das heißt die Autorenbeinhalte zu publizieren, um sie in den Markt zu bringen. Das heißt, dadurch, durch so eine Art von Plattform, kann jeder von Ihnen zum Unternehmerautor werden, und zum Unternehmerjournalist werden. Paris für Studenten, Vorarlberg für Freerider, Chile zu zweit in zwei Wochen. Beliebig viele Artikel könnte entstehen und der Markt, der Les entscheidet darüber, was interessiert ist, was interessant ist, was wirklich genutzt wird und zu welchen Preisen es genutzt wird. Das heißt, das wird durch die Technologien alles möglich. Die Frage für uns, die spannende Frage, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte, ist, wie wird denn sowas wirklich genutzt werden? Wird es denn viele Reisejournalisten, Redakteure, Userbeiträge geben, die sich wirklich die Mühe machen und hoch gute, also qualifizierte, gute Inhalte hier einpflegen? Wie werden die User denn solche Autoren, Kommentarbeiträge akzeptieren? Werden wir zukünftig nach Paris fahren und nicht mehr einen Standard Marco Polo nehmen, sondern fünf verschiedene Reiseführer von fünf verschiedenen Studenten und Autoren nehmen? Und wie ändert sich die Welt in Verlagen durch diese Art von Publikation? Das sind Themen, die für uns als Mario de Moor wichtig sind. Wir wissen, dass die Welt sich da draußen ändert wird, dass der Reichsjournalismus in den letzten zehn Jahren sich fundamental ändern wird. und ich freue mich, mit Ihnen diese Fragen zu diskutieren und freue mich auf Ihre Antworten dazu. Herzlichen Dank. Applaus